Black Ops Nö, ja doch, eigentlich schon, aber ich gehe da lang, ne? Andere Seite Ja, okay Ha, zwei sind gerade zu mir gekommen Erstmal Schockladung rein Boah, was hat denn der für eine Waffe gehabt hier? Oh, der finde ich auch unmöglich Okay, ich war auch gerade ganz schön blind, muss ich ehrlich zugeben Da kommt ein, ach du bist es gar nicht Junge, jetzt geh da lang, ey Bleib dir einfach stehen Und die Feinde kommen von der anderen Seite Scheiße, ich bin jetzt tot, gell? Doch nicht, so, ich glaube hier neben Oh mein Gott Wie peinlich Natürlich wird ja alles hochgeladen, was wir jetzt auch aufnehmen Live und ungeschnitten Live und ungeschnitten Ja, das ist eigentlich nur für mich eine Belommage, weil ich aufnehme Ja, aber das glaubst du, warum ich nicht aufnehme Ach, die Waffe wollte ich jetzt gar nicht Was holst du denn du da wieder? Ein AGR Ist doch voll normal, dass man ein AGR hat Ja, wie du meinst Ja, ein AGR, der Kills klaut hier Fuck Das ist ein Witz Na, wir fühlen immer noch 13-4, meine Güte, da bist du ja besser als ich Du hast schon wieder dein AGR, ich fass es nicht Ah, Kick, fass es nicht Was ist eigentlich die Kriegsmaschine? Ist die cool? Die ist cool, ja Hast du die eingesetzt? Ja Ach, dann bist du also der kleine Spacko, der hier Gerade alles wegbombt Ja Sind denn hier einer? So, so langsam müsste ich aber auch mal was haben Alter AGR, Abschuss Na, mit der Vector bin ich sogar einigermaßen gut Ach Gott, ey Nee, keiner drin So, machen wir mal gerade hier Zack, zack, zack Mal gucken, ob wir einen erwischen Au, vier Stück Vier auf einen Streich, ja Ich glaube nicht, dass das so schlau ist Ah, doch Was denn? Oh, oh Was ist oh, oh? Tausend Feinde und ich habe aus Versehen Meine Kriegsmaschine weggesteckt So Scheiße Ich hätte meinen AGR fast gehabt Fuck Was hat mich denn da gekillt? Ein Raketenwerfer? Die Bots schießen jetzt mit Raketenwerfern auf uns Ja, das ist normal bei Bots Ja, aber die Map ist zum Glück nicht so groß Sag mal hier auch schon mal mit einer Escort-Runde Ich hole mal auch eine Escort-Runde bei der nächsten Runde Ich wollte ja eigentlich gerade alle gar nicht abschießen, gell? Alter, meine Escort-Runde, die macht ihr ja richtig sauber für mich Das ist voll geil Das ist voll geil Oh, oh Nein Ich habe gerade einen S-Karten Oh, ich bin ja gerade im Keller gespawnt Hier soll ich mal hoch mit meiner Escort-Runde Im Keller war einer drin Mich killt bisher immer dieser komische Larry Ah, du bist hinter mir, gut Ich bin vor dir Ah, ich stelle mich jetzt mal da oben rein und mache mal einen auf Camper Ey, kann es sein, dass mein AGR weg ist? Das wäre nämlich irgendwie Was ist? Ah, da entstehen welche, ne? Ja, einige Ich muss erst mal meine Vorräte werfen Weil ich wurde ja gekillt, ne? Ey, die schießen schon auf meinen Vorrätebringer Raketen, das ist doch nicht normal Ne, sicherlich ganz normal ist das nicht, ne? Boah, jetzt sehe ich mal Alter, der hat gerade einen Radar gehabt Der, hast ja gesehen, was das für rote Punkte da sind Ich habe einen Radar Oh, du Alter, mach das lieber aus Ey, das erschreckt einen ja voll zu Tode Okay, aus Aber ich schätze mal, dafür bist du verantwortlich Äh, nee, nicht wirklich Diesmal nicht Alter, danke, dass du da hinten mal einen Blütschlag reinwirfst, ne? Drei Stück sind ja gerade draufgegangen, mit Nur drei? Ja, ich weiß, erbärmlich, ne? Nein, 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 nein Hab ich ja gerade den Arsch gerettet, ja? Ha! Oh, wo ist meine Waffe? Bist du das? Ach, geil Wo ist meine Waffe? Wo ist meine Waffe? Oh, da ist meine Waffe Nein, das ist nicht Ist das meine Waffe? Nein, das ist auch nicht meine Waffe Ah, ich merke langsam ein bisschen mehr Skill hier Sag mal, Skill Wo ist meine Waffe hin? Das kann doch nicht sein, dass die einfach Das da ist Genau Oh, komm ich Ich muss erstmal mein AGR bekommen Oh, meine Escort-Runde räumt das ja schon wieder gut auf, ne? Vierfach Kill Ah, gut Boah, meine Escort-Runde ist ja richtig Was für die Götter hier Woher sitzen die da alle drin? Oh Oh What? Der ist ja nicht gestorben Ich hab den mehr draufgegangen Hier, Muni einsammeln So, ein weiterer Tarnhelikopter Oh, jetzt geht's gerade ganz gut ab, ne? Wo sind die Feinde denn? Okay, wenn hier kein Feind ist Dann kann ich hier auch meine Vorräte hinwerfen, ne? Okay, ich weiß, wo die Feinde sind Aha, ich weiß, wo die Feinde sind Ja, jetzt hab ich unabherberbe dieses, äh 20 Kills in Folge, jo So, die setzen wir mal da, da und da ein Boah, richtig noobig mein Geschütz platziert Boah, gerade hab ich einen Dreifach-Kill mit der Escort-Runde und einen mit dem Blitzschlag Boah, du killst mich nicht Hinter dir Oh, danke Alter, mein Tarnhelikopter, meine, 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 meine ganzen Gadgets räumen hier gerade voll auf, gell Nein Oh, jetzt hab ich brutal bekommen Alter, wir dezimieren hier gerade nur so die Map, ey Feindliche Truppen haben mein Geschütz, der schritt ohnehin Escort-Rundenabschuss, yeah Boah, ich geh ab hier, das gibt's, äh, gar nicht mehr hier Ich hab immer das Gefühl, dieser Larry ist re-desponset Boah, ich hab mich nuklear bekommen Oh, mein Blitzschlag hat aber nicht so gesessen Oh, der hat mir einen Assist eingebracht Unaufhaltsam Yeah Nein Ich will noch ein paar Monals-Hobstall sammeln Nee, ne Was ist denn da drin? Ach, okay, nur ein Wächter Kann nicht mit leben Oh, oh Jetzt mal jemand da drauf Klar Du mit deiner Escort-Drohne immer Ja, jetzt bin ich mit meinem Nuklearen so geil drauf Na, komm Komm, komm, komm So, ich geh da jetzt da vorne hin, ne Okay, hier ist die dann scheiße Alter Ich krieg nur noch Assists mittlerweile Ich möcht mein AGR wieder haben Ja, und jetzt Jetzt ist deine Escort-Drohne nicht mehr da, oder war? Au Boah, Alter, bin ich abgegangen Alter Guck dir die Karte von mir mal an Ja, ich hab aber 21 Alter Guck mal, wo der Bottelt Alter Alter Wie du's die Hände der Kugel in die Wand gesetzt Und da die letzten zwei Dinger gehen voll in den Kopf rein Dann guck dir mal hier an An Bord, so massive Kills gemacht haben Ja, vielen Dank fürs Zuschauen Bis morgen Oder bis nächstes Mal wieder Bis nächstes Mal Tschüss Tschüss Beside P Vielen Dank.